Am 29. November stimmen wir ab über die Konzernverantwortungsinitiative. Ich denke, es sollte absolute Selbstverständlichkeit sein, dass jede Firma, die ihren Sitz in der Schweiz hat, Menschenrechte wie auch Umweltstandarde einhalten muss. Darum stimme ich am 29. November. Geht doch bitte auch. Ich glaube, wir könnten unserer Welt einen Gefallen tun.